Oh! Hey Bubis! Wie schön sind's entusiast! Bis zurück! Also gut, Jungs! Vorweihnachtliche Checkliste! Rechte Bruder! Check! Linkes Bruder! Check! Luftdruck! Ist gut! Gar nicht übel! Also gut! Los geht's! Und dieses Mal... Du kannst Weihnachtsgeschwindigkeit! ...bekommt Nico etwas! Das ist Lenny! Was? Hallo! Womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Bist du jetzt mein großer Bruder? Großer Bruder? Ist das nicht bezaubernd? Ich bin nicht dein Bruder! Und sie ist nicht deine Mama! Sie ist meine Mama! Alles klar, Nico! Ich wünschte, er würde einfach verschwinden! Jetzt muss Nico lernen... Ich hab ihn da bei der Schneewehe zurückgelassen! Du hast Johnny allein gelassen? Was es heißt, ein großer Bruder zu sein? Es ist meine Schuld, dass sie Johnny haben und ich hol ihn wieder zurück! Nico! Ich wusste, du kommst! Hm... Jungs! Das ist Wilma! Hallo, Freunde! Mit der Stimme von Yvonne Cutterfeld! Du musst lernen, selbst auf dich aufzupassen! Ich brauche niemanden außer mir! Jungs! Oh! Jungs! 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 Wow! Das ist das allerbesteste! Ich bin nicht die Beschenker! Über! Nico! Keine Springtier! Großer Welt! Am besten übernimmt das Hähnchen, das weiß, wo es lang geht, die Führung! Oh! Bleiben Sie zur Seite, mein Herr! Sehen Sie nicht, dass wir es eilig haben! In 2D und 3D, demnächst im Kino!